Hallo und herzlich willkommen bei Edis Tech Lab. Im heutigen Video geht es um MQTT. Ich habe vor langer Zeit schon ein Video einmal darüber gemacht. Wer es kurz und bündig will, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Wer es im Detail will, der kann jetzt gespannt sein. Und nach diesem Video bin ich mir sicher, jeder kann das. MQTT steht für Message Queuing Telemetry Transport und ist ein Netzwerkprotokoll für die Kommunikation zwischen Machine to Machine. Das MQTT Protokoll wurde 1999 von Dr. Andy Stanford Clark von der Firma IBM und Alan Neiper, damals von der Firma Acrom und jetzt bei Cirrus Link erfunden. Sie benötigten ein Protokoll für minimalen Batterieverlust und minimale Bannbreite, um eine Verbindung mit Öl-Bipelines über Satellit herzustellen. Allerdings hat sich der primäre Fokus des Protokolls von eingebetteten Systemen zu offenen Internet of Things, den sogenannten IoTs, geändert. Am 29. Oktober 2014 wurde MQTT ein offiziell anerkannter OASIS-Standard. OASIS steht für Organization for the Advanced of Structured Information Standards. MQTT arbeitet nach dem sogenannten Client-Server-Prinzip. In der Mitte jeder MQTT-Kommunikation steht der Broker. Der Broker ist sozusagen wie eine Poststelle. Die Sender und die Abonnenten treten nie direkt miteinander in Kontakt. Alle eingehenden Nachrichten werden vom Broker gefiltert und an die Abonnenten ausgesendet. Ein Client kann jetzt ein Sensor sein, wie zum Beispiel ein Temperatursensor, ein Aktor oder irgendein Ausgabegerät, wie zum Beispiel einen Lüfter oder auch ein Laptop oder Telefon. Jeder Teilnehmer kann Daten an den Broker senden. Hier als Beispiel der Temperatursensor, der 20 Grad auf das Topic-Temperatur sendet. Wenn der Lüfter Interesse an den Temperaturdaten hat, dann kann er das Topic Temperatur abonnieren und bekommt vom MQTT-Broker die 20 Grad zugesendet. Ein MQTT-Client kann beides sein, ein Publisher und ein Subscriber, je nachdem ob der Client gerade Nachrichten sendet oder empfängt. Sehen wir uns jetzt das MQTT-Topic etwas genauer an. Das Topic, übersetzt Thema, wird vom Broker zum Filtern von Nachrichten aller Clients verwendet. Das Topic besteht aus einer oder mehreren Themenebenen. Jede Themenebene wird durch einen Schrägstrich getrennt. Welche Struktur ihr für eure Topic wählt, das ist euch überlassen und es gibt so gut wie keine Einschränkungen. Dennoch gibt es ein paar Grundregeln für eine saubere Topic-Struktur. Bei den Topics wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Das Dollarzeichen darf nicht am Anfang von einem Topic verwendet werden, da es für interne Statistiken vom Broker verwendet wird. Verwendet den Schrägstrich nicht am Beginn eines Topics. Es ist zwar erlaubt, aber dadurch wird ein weiterer Topic-Label erzeugt, der mit einem Zero-Zeichen gefüllt wird und nichts bringt. Verwendet keine Leerzeichen in den Topics. Diese sind schwer zu lesen und ihr könnt damit Fehler vermeiden. Verwendet kurze Topics. Diese werden mit jeder Nachricht mitgesendet und ihr verschwendet damit keine unnötigen Ressourcen. Als letzter Punkt, verwendet keine Sonderzeichen. Diese werden oft falsch dargestellt und die Verwendung von Umlauten oder Sonderzeichen ist nicht zu empfehlen. Als nächstes sehen wir uns die Topic Wildcards an. Wenn ein Client ein Topic abonniert, kann er genau das Topic einer veröffentlichten Nachricht abonnieren oder er kann Platzhalter verwenden, um mehrere Topics gleichzeitig zu abonnieren. Es gibt einstufige Platzhalter und mehrstufige Platzhalter. Mit dem Plus-Zeichen kann ein oder mehrere Topic-Label ersetzt werden. Machen wir hierzu ein Beispiel. Nehmen wir an, dass wir alle Temperaturen im Erdgeschoss ansehen wollen. Die Wildcard wird für die verschiedenen Räume im Erdgeschoss verwendet. Die Wildcard ersetzt jetzt die verschiedenen Räume, wie hier zum Beispiel die Küche, der Stauraum oder die Terrasse. Mit dem Raute-Zeichen werden mehrere Topic-Label ersetzt und das Raute-Zeichen steht immer an der letzten Stelle und ersetzt die nachfolgenden Topic-Label, unabhängig wie tief diese verschachtelt sind. Mit dieser Wildcard bekommen wir alle Daten, die wir vom Erdgeschoss bekommen zurück. Zum Beispiel die Küche, Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, ob im Stauraum das Licht brennt oder die Temperatur auf der Terrasse. Kommen wir jetzt zu QoS. Das steht für Quality of Service Level. Der niedrigste Quality of Service Label ist 0 und der heißt At Most Once, also höchstens einmal. Die Nachricht wird nach dem Senden nicht gespeichert oder noch einmal gesendet. Diese Methode nennt man auch Fire and Forget. Das QoS 1 Label steht für At Least Once, also mindestens einmal. Dieser QoS 1 Label garantiert, dass eine Nachricht mindestens einmal beim Empfänger ankommt. Und das ist auch gleichzeitig der am meisten benutzte. Der Absender versendet eine Paket-ID beim Versenden jeder Nachricht und speichert die solange, bis der Empfang der Nachricht mit einem Pub-Back-Paket bestätigt wird. Das Pub-Back steht für Publish Acknowledgement und enthält die Paket-ID, um sicherzustellen, dass die richtige Nachricht empfangen wurde. Wenn der Sender kein Pub-Back-Paket erhält, dann sendet er die Nachricht noch einmal und markiert sie als Duplikat. Dadurch ist es möglich, dass die Nachricht mehrfach versendet wird. QoS 2 Exactly Once, also genau einmal, der letzte und höchste Label von QoS garantiert, dass jede Nachricht nur einmal beim Empfänger ankommt. Die Paket-ID der Nachricht wird auch hiermit gesendet von Absender und die Nachricht wird gespeichert. Der Broker bestätigt den Erhalt der Nachricht mit einem Pub-Back-Paket. Das steht für Publish Received. Erhält der Sender kein Pub-Back-Paket, dann wird die Nachricht noch einmal gesendet und als Duplikat markiert. Hat der Sender das Pub-Back-Paket erhalten, wird die Nachricht gelöscht und ein Pub-Rel-Paket, Publish-Release, zum Empfänger gesendet. Den Erhalt bestätigt der Broker, indem er ein Pub-Comp-Paket, Publish-Complete, mit der Paket-ID als Inhalt an den Sender schickt. Durch die zusätzlichen Nachrichten verzögert sich die Zustellung und wertvolle Bandbreite wird bei QoS 2 benötigt. Wenn ihr mehr über MQTT erfahren wollt, dann kann ich euch ein gutes Buch empfehlen. Ihr findet es im E-Book-Shop bei edis-techlab auf der Webseite für nur 99 Cent. Wenn ihr lieber alle Projekte haben wollt, dann empfehle ich euch das Do-It-Yourself-Heim-Automation-Buch in der Early Bird Edition. Hier findet ihr alle Projekte von edis-techlab und das Buch wächst Monat für Monat weiter. Wer das Buch schon früh erwirbt, der kann richtig Geld sparen, weil durch den erhöhten Inhalt wird auch der Preis Monat für Monat leicht angepasst. Vielen Dank schon mal im Voraus. Retained Messages oder zurückgehaltene Nachrichten Wenn ein Temperatursensor eine Nachricht an den Broker sendet, wird die Nachricht, wenn es keiner abonniert hat, wieder gelöscht. Abonniert ein Client jetzt das Temperaturtopic, dann bekommt er keine Nachricht. Er muss jetzt so lange warten, bis der Temperatursensor neue Daten sendet. Erst dann werden ihm vom Broker diese Daten zur Verfügung gestellt. Eine Anzeige für die Temperatur würde nach der Verbindung mit einem Topic also so lange keinen Wert anzeigen, bis ein Temperaturfüller einen neuen Wert an das Topic sendet. Diesen Zustand kann man umgehen, indem der Client beim Senden der Nachricht das Retained Flag auf True setzt. Dadurch wird der Temperaturwert im Broker gespeichert. Wenn jetzt der Client das Temperaturtopic abonniert, dann wird ihm sofort vom Broker der Temperaturwert, der gespeichert ist, zurückgesendet. Somit könnte die Temperaturanzeige anstatt gar keinen Wert zumindest einen älteren anzeigen. Persistent Session oder die dauerhafte Verbindung Wenn eine nicht-persistent Session zwischen dem Client und dem Broker abbricht, gehen die Topics, die der Client abonniert hat, verloren. Bei jeder neuen Verbindung muss der Client sich wieder für alle Topics erneut anmelden, und das kostet viel Ressourcen. Um dieses Problem zu vermeiden, kann der Client beim Verbinden zum Broker eine dauerhafte Verbindung anfordern. Dazu wird eine Clean Session Flag im Connect-Paket verwendet. Wenn diese auf False gesetzt ist, wird eine dauerhafte Verbindung erstellt. Bei True nicht. Der Broker bestätigt das mit einem Connection Acknowledgement Paket. Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, kann der Client alle Topics, die er haben möchte, abonnieren. Das kann in Form einer Liste erfolgen, wo das Topic und das dazugehörige Quality of Service angegeben wird. Der Broker speichert jetzt alle Informationen, die für den Client relevant sind, ab und sendet ein Subscribe Acknowledge Paket. Wenn die Verbindung abbricht und sich der Client wieder neu mit dem Broker verbindet, dann werden ihm alle Nachrichten mit einem QoS 1 und QoS 2 zugestellt, die er noch nicht erhalten hat, und er wird wieder automatisch mit allen Topics verbunden, die er abonniert hat. Wer es bis jetzt noch nicht getan hat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt den Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu drücken. Wenn ihr schon dabei seid, über ein Like würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Kommen wir jetzt zu Last Will & Testament, was so viel wie der letzte Wille und das Testament bedeutet. Mit der Last Will & Testament Funktion kann im Broker beim ersten Verbinden das Testament vom Client gespeichert werden. Das Last Will & Testament ist eine normale MQTT Nachricht im Connect Paket. Hier können wir das Last Will Topic angeben mit der dazugehörigen Quality of Service Nummer. In die Last Will Message können wir den Text schreiben, den wir als Testament hinterlegen wollen. Mit Last Will Retain legen wir fest, ob wir die Nachricht im Broker speichern wollen. Den Erhalt des Connect Paketes bestätigt der Broker mit einem Connection Acknowledge Paket. Wenn der Client die Verbindung zum Broker verliert, dann sendet der Broker die Last Will Nachricht an alle Clients, die das Last Will Topic abonniert haben. Fast haben wir es geschafft. Jetzt noch das Keep Alive und dann sind wir schon durch. Mit Keep Alive definieren wir eine Zeit in Sekunden, in der eine Kommunikation zwischen dem Client und Broker stattfinden muss. Wird in dieser vorgegebenen Zeit keine Nachricht gesendet, dann wird vom Client ein Bing Request gesendet. Dieses Bing Request Paket wird dann vom Broker mit einem Bing Response bestätigt. Damit können wir sicherstellen, dass die Verbindung noch steht. Wird die Keep Alive Zeit um 50% überschritten, ohne dass eine Nachricht gesendet wurde, dann trennt der Broker die Verbindung zum Client. Wenn der Client das Bing Response File vom Broker nicht erhält, dann trennt der Client die Verbindung zum Broker. Nächste Woche werden wir dann ein praktisches Anwendungsbeispiel für MQTT machen. Wir lesen ein Taster-Signal ein und schalten am anderen Mikroprozessor die LED ein, und zwar mittels MQTT. Also dann, bis nächste Woche, euer Edi. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, Edi's Tech Lab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.